Das Theater ist ein besonderer Ort. Das Theater ist oftmals gesellschaftskritisch, es ist politisch, aber bei aller Ernsthaftigkeit wollen wir auch manchmal einfach nur ein bisschen Spaß haben, gut unterhalten werden und das zeichnet ja auch das Theater in Lünen aus. Hier gibt es tolle Theatervorstellungen zu sehen, unterschiedliche Shows, Tanzveranstaltungen. Ich freue mich natürlich erstmal auf alles und hoffe, dass es erfolgreich ist. Karten bekommen Sie in unserem Servicebüro. Auch im Internet sind wir für Sie da, außerdem auch in der Stadt beim Reisebüro MOA.